Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Frau Zahn, wir sind hier bei Ihnen bei der Firma Hydrosoft. Sie machen Wellnesskabinen. Was darf ich mir darunter vorstellen? Also Wellnesskabinen, Wellness ist Wärme, ist Wohltat. Und bei uns haben Sie die aufgrund Infrarotwärme und Wasserdampf. Ja, normalerweise haben Infrarotkabinen ja diese Heizstrahler. Und das ist neu bei Ihnen. Ja, wir haben ein Carbonflächenfeld entwickelt aus der Heiztechnik. Und jetzt sitzen Sie nicht mehr vor einem heißen Stabstrahler, die ja auf der Oberfläche ca. 230 Grad bringen, sondern bei uns können Sie alles anfassen und Sie sitzen umhüllt mit 55 Zentimeter. Das ist jetzt die Kabine auch für zwei Personen. Das ist eine für zwei Personen. Und alles, was Sie braun beflockt sehen, da kommt die Infrarot-Tiefenwärme raus. Unter jedem Sitz haben Sie einen Wasserverdampfer. Und durch diesen Wasserverdampfer kommt jetzt das tropische Klima rein. Sie schwitzen schon bei 38 Grad mit dem Wasserdampfer in den Tropen. Und das Holz, was Sie benutzen, das ist dann auch für die Gesundheit wahrscheinlich förderlich. Richtig. Wir haben Zirbenholz, für die ätherischen Öle ja bekannt. Und wir haben das Ganze auch in Fichte. Aber es sind heimische Hölzer. Ich setze mich mal rein. Gerne. Ganz kurz, weil... Man lehnt sich da sehr an, weil Infrarotwärme ja direkt auf den nächsten Gegenstand geht. Sie können auch ätherische Öle beimengen und dadurch auf Ihre Art und Weise Ihr Wellnessgefühl hervorheben. Ich sitze jetzt hier in der für zwei Personen. Aber es gibt die auch für jemanden, der nicht so viel Platz zu Hause hat. Genau. Wir sagen auch zum Beispiel bei dieser Kabine, die ist sehr schmal auch mit 74 Zentimetern und 1,17 Länge. Das wäre die hier. Ja, genau. Sie haben Fußmassagestangen und Sie können natürlich auch diverse andere Gegenstände einhängen, wie zum Beispiel unser Synomobile. Das man dann oben und auch unten einhängen könnte, um dann bei der warmen Muskulatur die Beweglichkeit weiter zu trainieren. Das Ganze können Sie auch unten einhängen. Was ist Ihre Zielgruppe? Einzelhaushalte, genauso wie Hotellerie, Ferienwohnungen. Wie ist es mit Stromverbrauch? Zwischen 1,6 und 1,9 bei Doppelkabinen 3 KW. Das ist ungefähr ein Haarfön. Also es ist halt auch für jedermann gemacht. Definitiv für jeden, der einfach sich tagtäglich auch in eine Wellnesskabine setzen möchte, entspannen und den Tag zu Ende gehen lassen möchte. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel Mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter ISHW Gemeinsam stark Miete erhöhen ohne Mietspiegel. Vielen Dank.